hallo und herzlich willkommen sie sind im video auf dem kanal ich muss euch was erzählen und zwar werde ich werde ich am 15.04.19 Uhr einen kleinen live stream machen bis um 1 2 uhr nachts am 16 also praktisch fünf bis sechs stunden werde ich live streamen wer ist er denn alles weg gg kuss warum ist ganz einfach ich habe nämlich am 16 geburtstag und deshalb will ich in mein geburtstag quasi rein streamen mit euch genau wir werden ein paar games zocken bis in minecraft bis hier in rainbow 6 bis hier in keine ahnung destiny 2 vielleicht wenn ihr bock drauf habt what the fuck dude ich hoffe das hat man gehört bock ja genau vielleicht noch mal ein paar gästen einfach die leute die bock haben ihr könnt natürlich auch gerne vorbeikommen interesse oder so genau also wie gesagt mittwoch 19 uhr 19.30 so was live auf tisch tischmann von tv slaschnox art poste ich auf jeden fall den link noch in die beschreibung also keine angst oh ja das sind schwitzer oh je oh je oh je muss ich aktiv los ich habe nur ein holzschwert ja ok ja genau jetzt sind lobby jungs ja leute genau das muss ich jetzt noch kurz ansprechen ich werde auch jetzt noch live stream auf entspannen auf auch auf tisch können auch gerne vorbeischauen ja ich wünsche euch noch einen schönen tag haut rein macht's gut und ciao ciao